herzlich willkommen zu diesem neuen format silvios woche ist kein tutorial oder ein review sondern hier spreche ich mit dir über die neuerungen im kamerawesen bzw in der fotografie und ich hoffe es ist für dich spannend kommen wir gleich zu canon und zwar ist canon nicht nur marktführer nummer eins bei kameras sondern hat auch die r6 und r5 letztens rausgebracht und das sind zwei sehr interessante kameras wie ich finde und wenn du dir überlegst eine von beiden zu kaufen dann schreibt mir das doch mal unter dieses video die r5 hat inzwischen auch offiziell bestätigt ein hitzeproblem bei längeren videoaufnahmen im 8k modus das heißt wenn du mit 8k längere zeit filmst kann es passieren dass die kamera anzeigt sie ist zu heiß und schaltet sich dann ab und funktioniert einige zeit nicht mehr bis sie runtergekühlt ist das ist ein riesenproblem für alle filmer die sagen sie haben endlich darauf gewartet 8k filmen zu können inzwischen gibt es auch einige meinungen in verschiedenen canon foren die behaupten canon macht das aus strategien des marketings limitiert kameras die quasi mehr könnten ein guter querverweis ist auch an der stelle das thema magic lantern wenn du das nicht kennst das ist eine zusatz software die du auf ältere kameras von canon aufspielen konntest oder noch kannst teilweise und dann damit volle funktionsvielfalt der kamera hast das heißt du hattest den kompletten sensor zur verfügung mit allen fähigkeiten die du erträumst und das ist bei den neueren kameras nicht mehr möglich für einige sachen musst du ein aufpreiszahlen bei canon und das ist so der grund der einige verärgert inzwischen und die natürlich auch hoffen dass canon mit dem angekündigten firmware update dann auch das hitze problem in den griff bekommen so ganz klar ist es natürlich nicht woran es liegt denn canon selbst schreibt auf der eigenen webseite in der bezeichnung und der beschreibung der r5 dass im 8k video modus eine verkürzte wiedergabe möglich sein könnte und das ist ein bisschen schwierig wenn du als endkunde sagst ich möchte die kamera ich brauche sie wegen 8k und weißt du nicht so richtig woran du bist ich bin gespannt wo die reise hinführt bei canon wenn du eine idee hast du dem thema schreibt es doch bitte mal in die kommentare sony sony hat nicht nur mit der a7s 3 eine mordsmäßige filmkamera herausgebracht oder eine kamera für fotografen die sehr gern in lowlight zum beispiel milchstraßen fotografieren mit 12 megapixel hast du eine ganze menge möglichkeiten nein sony hat es jetzt auch geschafft ein firma update rauszubringen womit du 33 sony kameras als webcam benutzen kannst inzwischen können alle kameras und sony gehört auch mit dazu das heißt wenn du eine sony kamera hast überprüfe gleich mal ob das bei dir geht und zwar ist die software imaging edge web gerade in zeiten von corona wenn du auf videokonferenzen angewiesen bist kann das für dich ein vorteil sein deiner kamera auch mehr zu nutzen als nur für die fotografie kommen wir gleich zu olympus ihr wisst dass ich gern mit olympus kameras fotografiere und einige in meinen reviews auch hier schon hatte bei youtube wenn du so nicht gesehen hast schau gleich mal in meine playlist rein da habe ich die videos drin der und olympus wurde verkauft und wie ihr wisst soll das ganze jetzt im september über die bühne gezogen werden das heißt im september oder ab september soll dann gip das ganze übernehmen und diese firma sagte wohl laut gerüchten zufolge dass sie dann verstärkt auf high end kameras den fokus legen das heißt günstigere kameras wird es dann nicht mehr geben es soll für einige pl kameras von olympus auch keine nachfolge mehr geben ich verstehe natürlich dass bei high end kameras die wirtschaftlichkeit im fokus steht das heißt wenn du weniger kameras verkaufst und sie teurer sind als die günstigeren hast du trotzdem mehr umsatz gemacht aber wir alle wissen nicht so richtig was da kommt ja das ist neue hersteller am markt oder zumindest hinter dem namen steht etwas anderes und ob dann das high end jeden euro wert ist das bleibt abzuwarten ich bin gespannt wenn du eine olympus kamera hast und dir was für die zukunft wünscht von olympus dann schreibt mir das doch bitte mal unter dieses video thema software fotosoftware ihr alle kennt lightroom ihr alle kennt adobe photoshop und ihr kennt vielleicht auch inzwischen lumina und da gibt es jetzt ein tolles paket ich werde nicht gesponsert es gibt zurzeit statt für 188 euro das programm lumina 4 und aurora hd zusammen für nur 99 euro das heißt du spaß quasi fast ein komplettes programm ein die aktion ist begrenzt also wenn du schon lange damit liebäugelst dir aurora hd oder lumina 4 zu holen dann schau mal rein vor allen dingen für die unter euch die kein abonnement abschließen wollen bei adobe weil das problem ist software service bedeutet ihr gehört nie die software du musst es immer zahlen und wenn du es gerne einfach kaufen möchtest und dann sozusagen fertig sein möchtest mit der bezahlung dann schau auf jeden fall mal dort vorbei und zum schluss kommen wir natürlich noch zum feature der woche und zwar habe ich dieses mal den elias kauerhof herausgenommen er hat unter sein bild den hashtag silvius woche gesetzt und wenn du deine beiträge damit text dann sehe ich das und dann picke ich mir das feature der woche heraus und zeige es hier bei youtube er hat ein bild gepostet von der sächsischen schweiz und das sieht natürlich wunderbar aus zum morgengrauen habt ihr eine wunderbare nebelstimmung im hintergrund geht die sonne auf ein richtig geiler spot ist das und dann habe ich noch den maximilian koch er hat in bayern ein wunderschönes foto aufgenommen wie im hintergrund die sonne gerade untergeht und im vordergrund in der mitte ein toller bergsee ist und ein paar hütten dazu sehr idyllisch gefällt mir richtig richtig gut checkt die beiden auf jeden fall aus und für alle weiteren features verwendet auf jeden fall den hashtag silvius woche und dann wirst du hier auf meinem video sehr wahrscheinlich zu sehen sein ich hoffe dieses format hat dir ein bisschen gefallen und falls ja lass mir gerne einen daumen hier oder schreibe mir in die kommentare was du dir von mir wünscht in diesem format und da werde ich das auf jeden fall mit einbinden in diesem sinne vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss